Letzten Montag habe ich wieder, wie viele Jahre zuvor, eine Orchideenwanderung vorbereitet. Dann geht man natürlich in der Vorexkursion immer raus und guckt sich die Standorte an, schaut, wo die einzelnen Spezies sind. Und jedes Jahr sind mir entnommene Orchideen aufgefallen. Dieses Jahr war die Situation eine komplett andere. Ich traute meinen Augen nicht, weil wirklich die Täter Löcher hinterlassen haben mit abgeschnittenen Orchideen. Dieses Jahr sind es Ragwurzarten, die hier entnommen wurden. Und nicht in Dutzenden, nicht in Hunderten, sondern in einer noch sehr viel größeren Anzahl. Das macht das Ganze so eigenartig. Also hier muss auf jeden Fall ein Schutz hin. Hier müssen Leute hin, die sich der Sache annehmen, die das Ganze kontrollieren. Und halt nicht nur am Tag, sondern auch in der Nacht. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.